Es ist die zweite Station ihrer Deutschlandreise und der Empfang könnte herzlicher nicht sein. Prinz Charles und seine Gattin Camilla wurden in Leipzig von hunderten Schaulustigen mit zahlreichen Union-Jack-Flaggen begrüßt. Sie kamen mit dem Zug aus Berlin. In der Thomaskirche waren auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung anwesend. Dort trug der berühmte Thomana Kor dem frischgebackenen vierfachen Großvater und seiner Frau Werke von Bach und Mendelssohn Bartholdi vor. Am Montag war Enkelkind Archie, Harrys und Meghans Sohn zur Welt gekommen. Nach einem Besuch im Rathaus sprach Prinz Charles vor der Nikolai-Kirche mit früheren DDR-Bürgerrechtlern. Er drückte ihnen seine Bewunderung für ihren Mut aus. An diesem Donnerstag werden Charles und Camilla in München erwartet.